Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Retro Spielzeug Welt und heute geht es um Micro Machines. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von Retro Spielzeug Welt. Heute geht es um Micro Machines. Wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen verfolgt, auf Instagram oder Facebook oder auch auf dem Blog www.retro-spielzeugwelt.de Die könnt ihr übrigens alle Links in der Infobox, guckt da gerne mal rein. Dann habt ihr mitbekommen, dass ich mich in letzter Zeit verstärkt mit den Micro Machines beschäftigt habe. Ich habe eine Sammlung aufgekauft und da waren insgesamt, wie viele waren das? Ich glaube ungefähr 25 Sets damit bei. Bestehend aus Micro Machines Military, das sind diese Sets hier oder drei davon und Star Wars. Genau, Star Wars wollte ich nächstes Mal machen. Ich wollte euch heute drei Military Sets zeigen. Vielleicht mal ein paar Hintergrundinfos. Die Micro Machines sind von der Firma Galoop. Die waren in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr beliebt. Die haben angefangen mit so kleinen Spielzeugautos. Ihr seht hier die Panzer zum Beispiel. Könnt ihr mal gucken. Die sind jetzt ungefähr 5 cm groß. Und haben dann nach den Spielzeugautos angefangen, Play Sets zu machen. Also so ganze Städte, da waren dann ähnlich wie Poly Pocket, kennt man vielleicht vorher aus der heutigen Sicht noch, wenn ihr Kinder habt. Oder so wie diese, also aufklappbare Play Sets. Da waren dann Werkstätten, Einkaufsläden und so weiter und so fort. Und da konnte man mit den Autos durch die Gegend fahren. Und die waren sehr, sehr beliebt. Die waren sogar ein paar Jahre lang die erfolgreichsten Modellautos in Europa und in den USA. Und das hatte zur Folge, dass sich Galoop die Rechte an beliebten Marken sichern konnte. Wie zum Beispiel Star Wars, Star Trek, Indiana Jones und noch viele, viele mehr. Und später wurde Galoop dann, 1998 wurde Galoop von Hasbro übernommen. Ich glaube 200 Millionen Dollar aufgekauft, aufgekauft, Dollar aufgekauft. Die Micro Machines gibt es übrigens heute wieder. Die waren lange aus dem Markt raus. Und jetzt gibt es neue Sets, allerdings nicht von Hasbro, sondern die werden glaube ich von Jazz Wars oder sowas vertrieben. Ich meine Jazz Wars war es. Aber wir gucken uns jetzt erstmal diese Sets an und fangen an mit diesem Flugzeugträger hier. Nenn ich Flugzeugträger, das wäre ja ein Schiff. Mit diesem großen Flugzeug, welches man beladen kann. Hier Propeller, hier vorne eine große Klappe und die Autos oder Panzer können hier reinfahren. Wenn man hier vorne aufklappt, seht ihr das, dann können die hier reinfahren. Wir haben hier auf der Seite, haben wir einen Aufzug. Da kann man die mit nach oben fahren. Da sind nämlich zwei Etagen von innen. Das kann ich euch schlecht zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so sehen könnt, dass das zwei Etagen sind. Ne, ich glaube nicht. Ihr seht nur die eine Etage hier. Auf jeden Fall gibt es zwei Etagen. Hinten kann man das auch aufklappen. Da können auch die Panzer oder Fahrzeuge reinfahren. Und zusätzlich, damit man auch an die Fahrzeuge drankommt und spielen kann, kann man das hier oben auch aufklappen. Genau, so sieht es aus. Wir haben hier unten noch die Räder. Die kann man einklappen, wenn das Flugzeug fliegt, natürlich. Jetzt steht unser Flugzeug auf dem Boden. Und wir haben mehrere Panzer mit dabei. Zum Beispiel diesen hier. Ich weiß nicht, ob die Zusammenstellung, als man das Set im Laden kaufen konnte, welche Panzer oder Fahrzeuge dabei waren. Ich habe einfach, so wie ich das ein bisschen im Internet recherchiert habe und welche Fahrzeuge ich über hatte, die habe ich zum Set dabei gepackt. Dieses Set, so wie es hier ist, ist das Flugzeug mit den sechs Fahrzeugen. Und zwar vier Panzer, ein Jeep und ein, ja, wie nennt man das, so ein Panzerfahrzeug. Könnt ihr übrigens im Set bei uns im Shop kaufen, www.shop-spielzeugwelt.de. Genau, da gibt es das. Und in diesem Shop gibt es auch diese beiden wunderschönen Sets, wie ich finde. Jetzt habe ich die schon aufgeklappt. Ich wollte euch die eigentlich mal, das mache ich jetzt auch nochmal, im zusammengeklappten Zustand zeigen. Ich klappe die mal eben wieder zusammen. So, da sind sie. Das sind nämlich die Helme. Und zwar einmal so ein Kampftaucherhelm mit Taucherbrille und Beatmungsgerät. Beatmungsgerät, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Und ein Helm, ein Kampfjet-Helm. Gucken wir uns diesen mal als erstes an. Ihr klappt den Helm einfach auf. Und schon kommt unser Play-Set zum Vorschein. Ihr seht schon, das Ganze hat zwei Etagen. Und zwar hier sind Landebahnen. Man kann hier hochfahren. Und hier oben ist noch eine Brücke. Das Tolle ist, man kann das Set noch seitlich aufklappen. Und dann hier zum Beispiel mit den Autos reinfahren. Ich stelle mal hier ein Flugzeug hin. Und jedes Play-Set hat verschiedene Action-Moves. Jetzt ist es für mich ein bisschen schwierig zu zeigen. Aber man kann zum Beispiel die Brücke einstürzen lassen. Dafür haben wir hier vorne, ich mache das mal so, eine so eine Kanone. Und die kann man auf verschiedene Ziele richten. Da kann man hier einmal das Haus springen. Man kann die Brücke springen. Man kann hier was springen, wenn da einer drin steht. Und was war noch? Ne, ich glaube, das war es. Ah, hier ist auch noch was zum Aufklappen. Das kann man, glaube ich, auch springen hier. Und dazu, ich versuche das mal. Um die Brücke zu springen, muss man in der Mitte das Ziel treffen. Mal gucken, ob ich das jetzt so treffe. Ich habe es getroffen. Die Brücke ist eingefallen. Und das ist ein Action-Highlight aus diesem Spielset. Und wenn man jetzt nachladen könnte, könnte man zum Beispiel hier gegen schießen und das Haus sprengen. Dann fällt das so nach vorne weg. Figur, die haben wir natürlich auch noch. Einmal ein Soldat mit der Panzerfaust und Flieger, also Kampfpiloten. Dann zeige ich euch jetzt auch nochmal die Fahrzeuge. Ich habe ein Flugzeug, einen Hubschrauber, jeden so einen Düsenjet habe ich noch dazu gepackt und ein gepanzertes Fahrzeug mit so einer MG oben drauf. So, das ist das coole Playset des Kampfpiloten. Sehr, sehr geil, wie ich finde. Ist natürlich so eine Frage in der heutigen Zeit, ob man noch so auf Kriegsspielzeug steht, ob das noch angesagt ist. Früher hatte man damit auf jeden Fall keine Probleme. Und auf jeden Fall ein cooles Playset. Schauen wir uns jetzt den Taucher nochmal an. Dafür wechsle ich jetzt einmal. Das ist der Taucher, das zugehört zeige ich euch gleich. Auch den klappen wir einmal auf. Dazu den Kopf mit vorne klappen. Und hier haben wir noch was. Und hier können wir zwei Seitenteile aufklappen. Man könnte jetzt die Spielsets zum Beispiel auch irgendwie so zusammenstellen. Und dann auch eine größere Stadt draus machen. Oder verschiedene Schauplätze. Dieses Playset hat drei Ebenen sogar. Wir haben hier oben auch eine Brücke. Auch die kann man sprengen, das zeige ich euch gleich. Wir haben hier Wasser. Da ist jetzt zum Beispiel so ein Kampfboot mit dabei. Auch das ist ca. 6 cm lang. Das ist hier auf der Wasserebene. Wir haben hier einen Kampfhelikopter. Dafür können wir hier den... Das ist von hinten natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber geht schon. So, den Haken hier ausfahren. Und dann können wir den Kampfheli hier oben noch hin machen. Wir sind verschiedene Soldaten. Als Kampftaucher. Ups. Ich habe noch einen kleinen Hubschrauber dazu gepackt. Ich glaube, der gehört gar nicht in Wirklichkeit dazu. Den hatte ich nur über. Und es gibt noch ein U-Boot. Das gehört jetzt auf die Sandebene. Also quasi der Meeresgrund. Und jetzt ist hier noch was Besonderes. Das seht ihr jetzt schlecht. Aber ich versuche es euch mal zu zeigen, ohne dass es auseinanderfällt. Wir haben hier noch ein versunkenes Schiff. Da kann man noch ein bisschen spielen. Da sind nämlich noch Taucher, die man aufklappen kann. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, noch was umzuklappen. Und haben hier unten noch einen geheimen Computerraum unter der Wasseroberfläche. Nicht Wasseroberfläche, sondern unter dem Meeresgrund. Noch einen geheimen Computerraum. Das Rote in der Mitte ist der Sprengmechanismus. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, kann ich hier oben die Brücke sprengen. Und zwar so. Und dann fliegt alles durcheinander. Also quasi sind die Taucher dafür da, um da unten die Zündsätze anzubauen. Und das hat der Sprengmechanismus. Also, ihr seht schon, ganz kleine Sets. Wir gucken uns das mal an. Die sind 17 cm hoch. Der auch ungefähr 17 cm hoch. Im aufgeklappten Zustand sind sie ungefähr 22 cm lang. Die Figuren, die noch dabei sind, die können wir auch nochmal gucken. Die sind circa, ja ich sag mal, 2 cm groß. Davon habe ich ganz, ganz viele Sets im Shop. Schaut da gerne mal vorbei. Ich stelle euch nächstes Mal 2 bis 3 Star Wars Sets vor. Die sind ähnlich aufgebaut. Ich habe noch den Todesstern. Ich habe ähnliche Helme, wo Playsets drin sind. Oder auch einfach flache Playsets. Die sind auch sehr schön. Wenn ihr die schon mal sehen wollt, schaut in den Shop. Und wenn ihr nähere Informationen zu den Micro Machines haben möchtet, ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Den Blog habe ich eben schon genannt. www.retro-spielzeugwelt.de Schaut da gerne mal vorbei. Da könnt ihr alles nachlesen nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 C'est cool. Ciao. 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 Vielen Dank.